ja hallo und herzlich willkommen zum bau simulatoren warum ist 3d heute mit dabei der Niklas nein der Tod von oben und der Shadow hallo hast du jetzt auch Mützen? Ach, Shadow hat andere Mützen Schöne, Schöne, Schöne kann man mit einer Kurserklemmung nicht immer nimm so ein Schöne warum du immer anfängst nicht mehr wenn du dich hoch bohrst und den 150er berühst fällt herunter wenn ich auch wenn du musst wer nur mit Raketen schiebt nur mit Raketen der Vergegen Nein, nur mit Brenner, Schöne das tut nichts vor das wird nicht zu schießen das war so klar ja ich habe ein paar Zeltgüste der Ausland ich hab nichts gegen die Klasse Boah, der steht auf jeden Fall egal ist der Scheiße denn Alter, mein 150er steht natürlich auch Scheiße, oder rechts? Fass, alter, ey Fass, Alter, ey ich glaube, Schell ist würde am besten, ne? Die steht uns selbst, ja ne doch, du hast du es nicht zu nahe, die stehen zu nah beieinander das ist, das ist ja wie was anderes wo man liebt zu dir Niklas nein, oh Gott nein, oh Gott das ist so möglich, eine Wasserbohrungbe aber hier muss man da geht es auf jeden Fall zwei Würmer fahren auch um die so fliegt das ist ja auch Whisky, ne? Wir können nur mit Teleport einer einsam und wenn da einer liegt, braucht man Schlag drauf, wenn man eh, der wird ordentlich dämlich Wer ist ein blaues Shadow, ne? Ja, ja. NEIN! Warum? Ok, er hat da voll den Lufthanschlag. Lustig. Wenn da einer reingeht, der ist wirklich sehr bescheuert. Boah, Mann, das ist eigentlich nicht klar. Witz, die kriegen beide tot. Scheiße. Wo muss der denn da hingehen? Oh, das gibt gleich Rache. Tut mir leid, wenn ich vor dich beide töte. Vielleicht ist das ein bisschen besser. Der Wille war da. Der Wille. Das finde ich jetzt aber nicht lieb, Schicki. Töne, Schicki, Schicki. Bin ich jetzt überhaupt nicht lieb. Ich kann nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen. Na, das ist schön, dass ich verstehe. Dann muss ich klammern. Ich meine, ich bin schon in der Stimme los. Ähm. Ich muss ich klammern, aktive Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Aktive nehmen, die Maßnahmen zu ergreifen. Boah. Das war... Das war... Das war... Fachdeutsch. Das tötest alle drei. Mit einer Kanate. Das ist die Klasse, das ja und das gut sie an. Wunderschön. 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 Wer steht jetzt gut in der Kloch. Nicht auf mich. Das steht da einfach dann nicht auf mich. Wunderschön. Genau. Und dann lässt man sich aus spürt. Na, guck mal, da meckert ihr nicht. Bei mir ist es nicht schwer, wecker. Boah, Schiki. Boah, Schiki. Boah, Schiki. Boah, Schiki. Das du vor allem aus schicken? Genau. Alle aus Schiki. Ja. Ich bin Schiki. Ich bin Schiki. Ne, weil du in OP wo man sich sehen. Ich halte die Fresse jetzt. Der ist nicht auf geht. Schubs Ihnen ins Wasser. Schimbau, Schifys. Kamia mana oder Flammen rede ich dir hin? Lazy h installation. Ich glaube nicht, hier. Kun zu lassen. Du? Ja ist rein, wenns doch. Hall den rein. Kamia mai au. Boah, wieder leer ich gesehen. er ist taurig gegangen er kommt dann nie wieder leben draus oder Leben mann immer vor dass wir davon könnte man auf so schön ich hab dir was gesagt wenn man sich neben Kisten schießt hohohohoho immer rum blind Gäger so und deshalb ist es nicht so gut dass er ich hab's jetzt ich habe sie dann einfach in die Bühne warum nicht auf Schicki, Schicki gewinnt immer auf welchen soll er denn gehen? auf Gilly warte ich muss näher dran warte 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 jetzt die hat jetzt Kindzeit und die hat jetzt sofort gezündet wie gesagt es ist zufällig ne aber das war bis jetzt ein Lied das sofort gezündet hat doch einmal hat das Frau da auch schon ein zweimal ja finde ich aber besser so deswegen finde ich auch weil da kann man mal was anderes da kann man die auch nicht immer so auskriegt die Laufung weg bin ich lustig so gut war er stirbt nach oben was gut er ist hier schon mit dem Raketenabend war ein Trago weg das ist aber nicht klar Schatty so verdient schicki schicki hat sie einfach verdient boah ich glaub die beiden da oben ne äh Betty und Shadow die kämpfen wohl nie bitte heute na Matrose? was geht ab? Shadow spielt noch nichts Shadow hat halt so ein Problem mit irgendwelchen Gegenschen hochhüpfen Whitney Mario wir sind gleich noch da links und werfen einmal ganz kurz ne Granate da gefahren nö wäre zu einfach wenn ich jetzt nicht zu faul wäre mein Handy anzuschauen könnte ich die Sound App machen da hab ich den Sound da ist es drauf jetzt sind die Mario darfst du nicht der will dich das ist natürlich scheiße nö ich will gar nicht auf dich Benni Benni ich will gar nicht auf dich ich hab einen Grön auf Schicki das liebst du dir Dank ja ich bin jetzt schon gar nicht auf dich gegangen Augsburg führt gegen Dortmund ja ich bin ein aber gar nicht die die gewinnt immer was ist meine Schwester ist im Stadion was nicht der war doch da das kann mir keiner erzählen das kann der war schon oben da war er weg weg entlauert boah das Spiel will ja auch grad nicht dass ich gewinne nochmal das Spiel hat schon immer was gegen die Schicki das ist nun mal so was mit doch nun los ist das ist eigentlich ne gute Frage oder? ja stimmt die gewillt guck mal sonst waren sie so gut wie die Bayern und jetzt schwächeln sie ganz schön rum auf ich glaube ich weiß nicht was ich machen soll hast du keine Bunkerbombe oder sowas ja worauf hast du euch nicht loslassen? ich hab nichts auf was sich lohnt oder? ja gehen wir mal auf Schicki oh Schicki oh Schicki oh Schicki ja Sünder ja gut 1 2 Minuten Augsburg hat 1 0 gewonnen Hammer geil gewonnen schon? ja ist grad vorbei gegangen Hüffchen Boi boi ı B 날scheours gewesen ne? und er personen Barabak Ich bin er nur noch 3 Erfolg Das war er, letztlich, jetzt steht den um wurde die nach unten unter Wasser ja was ist übelst schwerer auszukommen das kann auch so ein bisschen wie es ist das ist was willst du mit dem Typen Töten 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 und Schlagern um zu haben doch 6 nein Weißt du, so ein Baseballschläger macht mehr Scheiben als ein Schrotz, wenn du auf ihn drauf schießt. Dieses Spiel ist so realitätsnah. So, meine lieben Freunde. Äh, wo ist dein Riesenhirni? Er ist was? Wo ist dein Riesenhirni? Sag ich dir nicht, was wir denn drohen nennen. Oh, Schickie, das hab ich jetzt fast verloren. Wie genau, 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 weine. Mach, drück ab, drück ab. Drück einfach ab. Der Wurm muss sterben, Florian, der Wurm muss sterben. Nicht, der OP Wurm muss weg, der OP Wurm muss weg. Hey, Schickie. Ey, der fliegt nach oben. Und, hups, 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 hups. Wie viel Leben hat der jetzt noch? 16. Er wird sterben. Egal wie, aber er wird sterben. Jetzt sagt Schickie gar nichts, weil jetzt ist er wütend. Ja, ich glaub auch. Schickie, red mit uns. Ne, stell ich nicht ein. Komm, Schickie, wir haben dich doch lieb. Genau. Du uns doch auch. Ja. Jetzt geht das doch nicht los. Warum glitzern die jetzt eigentlich? Vielleicht hat Schickie einen, äh, so'n, äh, Schick-Träger. Oh, das ist, das ist einfach zu verlockend, tut mir leid, Leute. Einfach viel zu verlockend. Nicht dein Ernst. Ich darf zugucken. Nicht. Auf mich. Ja, du noch zwei Stück, ne? Nicht auf mich. Danke. Oh, ich will dir irgendwas getan, ey. Ah, die war scheiße, jetzt neben Schickie liegen, denn müssen nichts. Was? Oh, diese Anspielungen immer. Nein, nicht auf mich, steht doch extra da. Was? Das sind übrigens alle hier, jetzt hier. Kommt. Ich kann nicht nur auf Schickie draufgehen, das ist schon scheiße. Hattest du eigentlich verdient? Ja, weil er letzte Runde gewonnen hat, aber, ne? Das tut doch die Folge wieder nicht hochladen, pass auf. Ich hab noch keine Folge nicht hochladen. Also dann würdest du es hier ausgesehen. von Niklas und Nathan nur aufzutreten sind. Die sind beide vier Böber, ich hatte gar keine. Folge 3 so. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Die Bunkerbunker. Das ist sie. Was? Was? Das ist so, Fatih. Flore sollte was sagen. Was? Das hätt' so ne Granate getan. Nein, das nicht. So was mit Fatih. Was war das? Wie ging das? Wie du glittern die bei ihm? Wie er lacht? Holger Zack, der kriegt sich nicht mehr ein. Der kriegt sich nicht mehr ein. Was? Du willst alles auf dem zweiten Bildschirm noch was schönes Laufen nehmen, ne? Ja, wer weiß. Du willst doch immer so gut es die ganze Zeit. Apropos, apropos zweiter Bildschirm. Chiki, was willst du eigentlich für einen Bildschirm empfehlen? Ich hab mein Fernseher als zweiten Bildschirm, dann wär's so. Niklas soll ich doch mal sagen, jeder der ein Bild anzeigt. Du Ars. Ich will mir nächste Woche einen neuen Bildschirm kaufen und zweifeln. Ein zweiter Bildschirm muss ich unbedingt zu groß sein. Da reicht auch so ein Pisten. Wie gesagt, ich hab mein Fernseher hier stehen. Ja gut, mein Fernseher ist bis weiter weg, deswegen. Benni. Das ist ein Witz. Auch nur hier stehen alle auf einem Fleck da unten. Das war so richtig scheiße. Ja, warum? Ja, warum? Wie ist eure Schiene da unten und ich gucke von Omo auf, egal aufs Geschehen drauf, wer soll ich eine Bananenbombe unter? Ja, ich weiß gar nicht, wie nicht gehen soll, weil ich krieg's so sofort drauf. Ich krieg's einfach nur aus dem Aul. Okay, Fritt. Okay, okay. Das lässt sich nicht mehr. Warum hast du jetzt die anderen genommen? Warum? Da hättest du zwei wegmachen können. Achso. Achso. Das ist der Esel. Okay, ich bin tot. Das ist der Esel. Das ist der Esel. Das ist der Esel. Das tut dir alles da liegen. Das ist das mit. Das hat er nicht. Das tut mir leid. Die nächste Runde. Das hat Wickers gewonnen. Der Esel ist der Esel. Näh, der Esel. Er kriegt ja nicht tot. Doch. War er gut? Wenn er ein Schmerzen geht, macht er fünf oder sechs. Gut. er wird ihn irgendwo eine Mitte oder Rechtssitzende die Nutzfühle zu treffen wenn die denn 150er und eine Safe er schießt die auch noch alle nach unten oder was Du musst doch das jetzt demoraus gehen Du musst doch das jetzt demoraus gehen Du musst doch das jetzt demoraus gehen Du sollst mich verarschen Generell schon, ja Bisschen fort, dass ich da aufhähn Hahaha, komm doch Ja, mein Freund Scheiße, ey Nimm den Rackengift, genau Genau, komm zu mir, Schicki Gute Idee Der wohne ist auch jetzt nächstes dran Ist egal, ich küsst nicht vom Feddown Heidigan-Granate, Bananenbombe Da macht er sich aber selbst den eigenen Schutz kaputt Alles egal, er hat guck mal den, wer den noch hat Du hast ne Esel, du machst jetzt gleich erstmal zwei vor dem Platz Und so, ran zoomen, tu von unten, hau rein Ich hab ganz ran gesummt Ich auch Mit was soll ich jetzt muss reinhauen Wenn du was in einem Oma Nimm dich in die Mide, wie siehst du, oder? Nimm die Oma Nimm die Oma Das gibt was von Schick Du kriegst auf jeden Fall die Mide fliegen Ich hab die Mide Die Errichtung Ich bin zur Suche Sie müssen die letzten Taten hier Sö Niklas Gott Nein, nein kommt noch nicht ein Die Praxis sind jetzt in der Probe alle sieben zu töten 6 dann findet die Waffermistole nein nicht auf mich vor der Friedrichsdachmese ich wäre das Klasse jetzt auch jetzt kann diese genau die Mitte machen Riepft da rechts runter. Benni, du musst dein Würmer da rechts wegkriegen, oder? Ja, das ist schon. Flammenbrust. Ratz Pornstein. Ratz Pornstein. Oder er hat geblüfft, Leute. Lass doch vielleicht nicht... der blüft. Er will jetzt, dass wir unser Moveman verschwenden. Warum hat er dann seinen Fritz sofort rübergebracht? Um uns natürlich da auf die Spur zu blühen. Da steht ja sowieso selbst ein Fritz. Das Fritzelein. Und was machst du jetzt mal? Ich? Zeig dir jetzt was du schon mal machen. Du buddelt dich weiter ein. Nee, nee. Sehr dumm. Bordet dich jetzt nicht weg, oder? Er macht, er macht Lufthansa. Auf den einen Wurm. Er verrückt sich alle. Das ist nicht so richtig. So richtig dort. Und? Kann doch jetzt mal jetzt, muss man groß sein. Klopp ihn runter, klopp ihn runter, Baseball vor. Boah. Rechte Flammenfurt. Okay. Okay. Boah. Benni, komm mal da hinten, da hinten liegt. Da liegt auch im Mini. Ich bin nie bescheuert. Die ist aber schon ausgelöst, Benni. Vertrau mir. Ja bitte. Na bitte. Aber bitte ist sicher. Hey. Gib rein. Hach. Na gut. Und da werfen, nur zu polynen. 5, 4, 3, 3, Hach. das ist ein wo er hat gemacht das Wort erledigt das ist wenn ich werde das was ich habe mich so wichtig ist warum was ist passiert und an der Karte die Tauers die Chance mit 6 oder 7 Uhr Du hast ne Moor ab. Nisch auf! Ey! Oh der ist tot. Dein scheiß Arzt noch 2 HP? Ja. Okay, schick hier. Du hast recht. Unsere Wichtigkeiten müssen wir jetzt beiseite legen. Was für Wichtigkeiten? Du bist als Einziger nur auf mich gegangen. Der liegt von der Folge. Jetzt mach den 430er damit. Weil wir jetzt nicht trifft Shadow, ne? Komm, der spielt doch bei Black Ops 2 auch mit RPG als Sturmgewerder müssen. Diggi, wenn du jetzt mit dem Raketenwerfer ihn triffst, macht er die Kiste nochmal ordentlich Zusatz Damage. Ja geil. Da hab ich nicht aufgepasst. Okay, aber egal. Ja, das Wasser kommt jetzt gleich. Ich hab keinen Bock bei den letzten Veranstaltungen. Was? Wann? 4? Ja, ich hab nicht durchgekauft das Wasser. Eine Minute. Ja, und du hast unten drei Würmer stehen, Benni. Ja, ich hab ihn ja jetzt nicht. Ja, das ist doch noch nicht. Okay. Ich hab ihn nicht. Die Kiste, die Kiste. Ich hab ihn nicht mit ihr und es ist nicht! auch nachdem hat sich mit glatt warum nicht wenn die warum nicht wird sie so hat sich so hoch klar auch so ein Lackaffee da unten oder ist aber ich zwei echt scheiße hintereinander gestellt wie wär's mit Wasser? das sieht nach dem Double Kill aus ne was haben wir nicht, das hab bei mir schon lachen ok, äh, Bell Ball Niklas Ball Niklas Niklas auch Niklas Leute, keine Angst, ich wende das Blatt ich werde mein 50er-Gleich Opfer mit einer Wahl-Hahn-Ambung das ist der meiste Schaden, den ich da machen kann das ist mein Leben verpisst dich wenn, dann möchte ich einen Ehrenfall abgleichen was hast du denn heute mit dem rumhüpfen? ich weiß auch nicht der Spiel, glaube ich, Adventure mit ich bin du denkst du denkst du denkst du mal, du spielst du Mario Double Kill Schiff double-chiff geht nicht so kurz Double-chiff Du musst schon hoch und nicht nach rechts warum willst du denn schießen? was machst du denn? BR kennen wir mal Tro lug Schiff da ich fühl dich nicht ich bin je sie тор B er müssen so etwas der Klammer aber auch schon bekommen das ganze Wasser von oben und dann spüren alle raus 3 Das ist das Beste, was ich hätte machen können. Du erleidigst nicht das. 101, 101, 101. Ich glaube, das ist ein Triple-Kirch. Nee, der lebt noch. Nein! Du bist so ein verdammter, kleiner Wichser. Jetzt haben sie ihn einfach dann nach oben gespült. Das war vierfach. Das war vierfach. Mein Damen und Herren, ich habe mich tot. Ich habe erst meine Gesundheit hergekriegt. Ich habe keine Teleport aufgehoben. Nicht nur mit dem Geld, oder? Das wird man sonst übelst. Das wird man sonst übelst. Einmal wunderschönen. Wichser Alter. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Niklas ist ein bisschen der Einzige. Warum denn nicht das? Das ist wirklich nicht. Ich hatte einen Esel, du Arschloch! Stopp! Ja! Ich sagte, wo verletzt sie mich? Oh Gott, das können weh tun. Sie können weh tun, die Oma. Bitte mach nicht mehr als 50 Dank. Ähm, jetzt 30. Okay, ich bin auch raus. Oh, fopp! Das ist das Bette zwischen mir und Flori. GZ. Hm, hm. Ich habe mir was gewinnen, wie es aussieht. Okay, das könnte sogar stimmen. Benni, was hast du an Luftwaffen? Wasser habe ich noch. Das weiß ich. Na, Wasser bringt sie nicht. Ich hab noch was Schönes. Ja, ich weiß, was er nimmt. Mach dir schon da einen Satzblatt. Zweier kommt es vielleicht zwar hoch, aber was soll er machen. Ich wusste. Stehe der Hund? 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 Nein, so geht das gar nicht, Benni. So geht das nicht. Oh, rosa sind hässliche Ecke. Äh, kann man nach dem Jetpack noch irgendwas verwenden? Ja. Ich weiß nicht, wie du mit 50 da hoch bist. Weißgerät. Das ist ein Versuch wert. Ist das Wasser? Wasser, das ist Wasser. Boah, das könnte gut klappen. Ne, klappt nicht. Klappt nicht. Das klappt nicht. Ne, leider nicht. Mach mal guter Versuch. Du hast keine normalen Luft als Waffen, Benni? Ne, leider nicht. Nein, hat er alles mit mir vorhin schon an verpulvert. Mal gegen bestimmt alles auf mich. Ja. Alles ging auf dich. War halt doof, ne? Bunkerbomber auch nicht? Nein, hat er auch. So tief kommt die nicht. Ne, den 66er, der 2er ist... ...und nicht. Das ist eine Option. Bananabomb. Eine Sekunde. Boah. Boah. Wunderschön. Boah. Wunderschön. Wunderschön. Soll ich mir was sagen, schick ich hab noch Luftschlag? Geh, das geht um die Wurrascht. Hey, das geht um die Wurrascht. Eigentlich ist mein Liegen, sie um die Wurstwocht. Wunderschön. Stückein. Ich will sie. Ich will sie dir. Wenn du da hoch kommst, hast du gewonnen, ohne also du musst du da aber noch angereifen. Oh, 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 jetzt kommen hier, wir noch wissen wie die schießen will. Sie müssen genau noch durchkommen. Sie müssen schön bogen machen. Nicht zu feste Schellung. Mann. an er ich weiß nur sei nur noch umstehen bleiben und warten ich habe mein ganzes Zeug verpulvert und wasser ich ich nicht das wird verballert ich glaube wenn ich muss wirklich nur noch umbauen hat er gewonnen ich habe mir noch eins gedacht wenn ich so viel wie möglich mit und ich stand bei dem wir sind verdammtes Arschloch hast du dich also ich möchte morgen noch mal spielen aber möchte ich gerne richtige Revanse das heißt mehr macht mit oder die Aufladen der Kopfschäfer schon wieder alle aufstehen die die Sau der 2er gewinnt der 2er gewinnt oh nice GZ an Shadow wirklich Respekt wunderschön mich mit jungs ich hasse dich ich wünsche euch einen schönen abend bis zum nächsten mal